Die Lugier waren eine ostgermanische Stammesgruppe. Im 1. Jahrhundert nach Christus siedelten sie etwa im Raum des heutigen Schlesiens. Die Lugier siedelten in Schlesien entlang der Oder und in dem angrenzenden Raum. Der antike griechische Geschichtsschreiber und Geograf Strabon bezeichnet die Lugier als ein großes Volk, das mehrere Stämme umfasste. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus nennt in seinem ethnografischen Werk Germania als Teilvölker der logischen Gruppe, die Harier, Helvikonen, Manimer, Helisier und die Nahanawala, auf deren Gebiet die logische Kultgemeinschaft einen heiligen Hain unterhielt. Als nördliche Nachbarn erwähnt Tacitus noch die Gotonen. Claudius Ptolemius nennt in seinen geografischen Anleitungen nur drei Untergruppen der Lugier, die Iomenoi, Idunoi und Puroi. Über die eigentliche Geschichte der Lugier ist nur relativ wenig bekannt. Strabon zufolge sollen die Lugier zeitweise zum Reich des Mabod gehört haben, der im Raum von Böhmen ein Reich errichtet hatte. Wirtschaftlich bedeutend war der Bernsteinhandel, der auch Begehrlichkeiten weckte. Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus zerbrach im böhmischen Raum die Herrschaft des Vanius. Dabei sollen die Lugier eine gewisse Rolle gespielt haben, sie wurden wohl auch von den Römern dabei unterstützt. Diese unterstützten jedenfalls die Lugier im Jahr 92 im Rahmen der Auseinandersetzungen mit den Marko Mannen. Die Kenntnisse späterer Autoren über die Lugier war offenbar begrenzt, sodass verschiedene falsche Zuschreibungen anzunehmen sind. Wie bei dem spätantiken Geschichtsschreiber Zosimos, der ohnehin nicht immer zuverlässig ist. In der Forschung wird oft angenommen, dass die Vandalen in Beziehung zu den Lugieren standen, unklar ist, ob sie identisch waren oder ob die Lugier zu den Vandalen oder ob umgekehrt die Vandalen zum Verband der Lugier gehörten. Was Castritius für erste und zweite nach christliche Jahrhundert annimmt. Diese These ist nicht unumstritten, sie wäre aber auch eine Erklärung für das spätere Verschwinden der Lugier aus den antiken Quellen. Weiterhin hält Castritius die Lugier für die ethnische Hauptträgergruppe der Prävorskultur.